Hey, Leute. Herzlich willkommen zu diesem Video. Das hier soll das erste Video eines neuen kleinen Formats sein, nämlich 100 Fragen mit Kostas. Let me explain. Also, ich hab damals, als ich noch in England gewohnt hab, in einem Laden diese Box gekauft. Da sind so 100 Fragen drin, mit denen man eine Unterhaltung starten kann. Und ich hatte diese Idee schon vor Ewigkeit. Ich dachte mir, es wäre cool, in jedem Video eine Frage davon zu besprechen. Das ist wirklich lustig, weil die Fragen echt so eine komplette Range an Themen haben. Es gibt manche, die sind richtig oberflächlich, bis hin zu welchen, die einfach ultradieb sind. Ich wollte das auch gerne machen, weil ich ja damals mein Kurzvornacht-Format hatte, in dem ich so die Möglichkeit hatte, über verschiedene Dinge zu sprechen, die mir passiert sind. Jetzt gerade passiert nicht viel, weil einfach fucking Corona noch immer ist. Aber ich hab trotzdem ... so das Bedürfnis, mich auszudrücken und über Dinge zu reden. Guuuut! Dann würd ich sagen, starten wir mit der ersten Frage. Die Frage, und zwar die, die ich mir für dieses Video ausgesucht habe, ist ... Can incompatibility ever be a strength in a relationship? Also auf Deutsch, ich hab hier meinen Laptop für ein paar Notizen. Kann Inkompatibilität je eine Stärke in einer Beziehung sein? Was denkt ihr? Also, als Erstes fällt mir dazu der Spruch ein, Gegensätze ziehen sich an! Ähm ... Mhm. Ich hab das mal gegoogelt, also, was bedeutet Inkompatibilität? The condition of two things being so different in nature as to be incapable of coexisting. Koexistieren klingt auch wie, sie können nicht gleichzeitig existieren. So wie Voldemort und Harry. So, einer muss sterben, damit der andere leben kann. Und das fand ich sehr dramatisch. Aber ... ja. Kann man so unterschiedlich sein, dass das nicht miteinander funktioniert? Oder kann dieses Unterschiedlichsein auch eine Stärke sein? Ich hab mich bei Inkompatibilität ein bisschen an der Definition und am Unterschiedlichsein orientiert. Natürlich kann Gleichsein auch inkompatibel sein, ne? Wenn einfach zwei Leute richtige Streithähne sind, kann das auch inkompatibel sein. Ich weiß, dass das nicht deckungsgleich ist, aber ich finde, alle Sachen, die jetzt im Video kommen, sind trotzdem schlüssig deswegen. Ich glaub schon, dass es wichtig ist, dass man in einer Beziehung gleiche Grundwerte hat. Oder generell so die Werte, nach denen man lebt, sollten, glaub ich, schon miteinander vereinbar sein. Weil ich bin wirklich jemand, der sehr offen für andere Ansichten ist. Weil ich auch einfach gerne diskutiere und ich finde es voll spannend, zu hören, was andere denken. Aber ich hab letztens so einen Tweet gesehen, der das ganz gut zusammengefasst hat. Denn ich finde, auch da gibt's Grenzen. Und ich finde, das fasst das einfach gut zusammen. Keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagen würde, ja, also ... mich nervt diese ganze Gleichberechtigung. Ich finde, Frauen gehören an den Herd oder so, und dann wär ich so ... Bitch, say what? Ich finde, in der Familie ... So hattet ihr schon mal die Situation, dass ihr nie über solche Themen gesprochen habt und davon ausging, dass man einer Meinung ist? Und dann stellt sich aber raus, dass die andere Person komplett was anderes denkt? Also, stellt euch vor, ihr hättet nie über so ein Thema gesprochen, aber auf einmal stellt sich heraus, dass euer Onkel voll rassistisch ist oder so. Und dann ist ja wirklich so die Frage, wie geht man jetzt damit um? Yeah, that's difficult. Was Interessen angeht, ich denk mir so, Interessen an sich, ich glaub, es ist schon von Vorteil, wenn man ähnliche Interessen hat, weil man dann automatisch ein Thema hat, was beide connectet und woran beide Freude haben. Ich glaub zum Beispiel, dass das auch der Grund dafür ist, warum Konzerte oder Conventions, so Anime-Conventions oder YouTube-Conventions, immer der Ort sind, wo ultraschnell richtig nice Freundschaften entstehen. Mir fällt dazu noch eine ganz süße Anekdote ein, die mir voll weitergeholfen hat. Und zwar ist es so, dass mein bester Freund leidenschaftlich gerne Snooker spielt. Auf jeden Fall ist das aber was, womit ich ultra wenig Berührungspunkte habe. Als ich dann aus dem Ort weggezogen bin, wo wir beide früher lebten, haben wir uns natürlich auch weniger gesehen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass unsere Freundschaft dadurch einfach ein bisschen oberflächlicher geworden ist. Kennt ihr das Gefühl, wenn man denkt, das Einzige, was einen noch verbindet, ist die Vergangenheit, aber man hat nichts in der Gegenwart, was beide irgendwie begeistert. Und ich hatte voll Angst, dass unsere Freundschaft daran nicht kaputtgehen würde, weil wir dafür echt zu verflochten sind miteinander. Aber ja, dass man sich halt irgendwie nichts Neues zu erzählen hat. Und meine damalige Deutschlehrerin hat dazu mir gesagt, wenn du jetzt mit der Materie an sich nichts anfangen kannst, frag ihn doch über die Gefühle, die dahinter stecken. Also versuch das auf eine Ebene runterzubrechen, zu der du auch connecten kannst. Also wenn er jetzt zum Beispiel ein Turnier hat, selbst wenn ich mich mit den Turnierregeln nicht auskenne, aber dass wir darüber reden können, keine Ahnung, warst du aufgeregt, wie war die Situation für dich? Hast du irgendwas geschafft, was du vorher noch nicht geschafft hast? Was war so dein Ziel und so? Dass man dann eben wieder eine Ebene findet, auf der man diskutieren kann. Das war für mich so ein guter Tipp, weil ich mir gedacht habe, yes, that should work. Ich würde schon sagen, dass ich relativ empathisch bin und ich mich gut in diese Situation hineinversetzen kann. Und auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie es ist, an einem Snookertisch zu stehen, weiß ich, wie es ist, keine Ahnung, in einem Spiel ehrgeizig zu sein und gewinnen zu wollen. So, wisst ihr, was ich meine? Und das ist was, was ich mir jetzt in Gesprächen mit Leuten oft zunutze mache. Was so unterschiedliche Eigenschaften angeht. Kann Inkompatibilität ... Ich weiß nicht, ob das so ... Also inkompatibel sein, je eine Stärke in einer Beziehung sein? Was denkst du? Just give me quick thoughts. Äh, weiß ich nicht. Glaubst du, das kann auch von Vorteil sein, wenn man ... sehr weit ausfühlt in diesem Thema? Ja, vielleicht wenn du jetzt sagst, ich hab das mal so erlebt. Meine Schwester ist zum Beispiel voll unordentlich und von ihr hab ich gelernt, ordentlicher zu sein oder so. Ja, aber in der Beziehung hat dich. Ja, ist ja egal. Also, Relationship kann ja familiär oder freundschaftlich oder ... Ach so. ... romantisch sein. Ich würde schon sagen, dass wir beide sehr gegensätzlich sind und ich finde, dass ich das ganz gut erkenne. Ihr beide? Das wollte ich nicht hören, aber es war cute, dass du das gesagt hast. Ich hab natürlich gelernt, äh, nicht mehr so ungenutig zu sein, was die Zeit betrifft, weil sonst funktioniert das nicht. Und ich hab gelernt, auf Nico zu hören, wenn er mir einen Tipp gibt. Weil meistens ... Aber ich arbeite dran. Ja. Wie zum Beispiel mehr Werbung in die Videos zu klatschen. Was so unterschiedliche Eigenschaften angeht, ich glaube, da lebe ich das beste Beispiel. Also, bei Nico und ich ist es schon ziemlich so, wie ich jetzt die ganze Zeit beschrieben habe. Wir haben sehr ähnliche Grundwerte. D.h., die sind sehr kompatibel. Grundlegende Eigenschaften sind bei uns schon sehr auseinandergehend. Ne, er ist eher introvertiert, ich bin eher extrovertiert, er ist voll der Kopf, ich bin eher emotional, er plant gerne, ich bin gerne spontan und so. Ich denke ... Inkompatibilität kann auf jeden Fall dafür sorgen, dass man aneinander arbeitet. Es kann auf jeden Fall Gesprächsthemen hervorbringen, was ich sehr, sehr wichtig finde. Wenn man unterschiedliche Ansichten auf ein Thema hat, dann kann man sich eben darüber austauschen. Oder wenn man Dinge irgendwie unterschiedlich erlebt, dann kann man sich darüber austauschen. Und ich finde, dass Kommunikation und Austausch so eine wichtige Sache auch in einer Beziehung sind. Das ist wirklich was, was Mick und ich aussprechen, wenn es passiert. Wenn wir so voll den nice Abend haben, wo wir ewig diskutiert haben, wo wir dann so sagen, es ist voll cool, dass wir jetzt mittlerweile schon achteinhalb Jahre zusammen sind, aber wir trotzdem einfach immer noch so viel reden können. Dass wir nicht in dieser Situation leben, dass man sich gegenüber sitzt und denkt, ich bin so gelangweilt von dir, ich hab dir nichts mehr zu sagen. Trotzdem denke ich, also, Inkompatibilität kann eine Beziehung auch in gewissen Aspekten bereichern, so wie ich gerade erzählt habe. Aber ich glaube auch, dass wenn es zu weit auseinander geht und man nicht mehr in der Lage ist, Kompromisse zu finden, dass es dann sehr schwer sein kann. Bei Mick und mir merkt man das ja auch zeitweise. Also, ich, der so extrovertiert ist, der wirklich so Leute um sich braucht, der gerne rausgeht, das clasht schon manchmal mit seinem, okay, manchmal brauche ich einfach Pause von sozialer Interaktion, ich muss mich irgendwie selbst rechargen. Also, wir haben schon Tage gehabt, an denen wir da ordentlich aneinandergerieben sind, im Sinne von, dass es schwer war, so beide Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn das jetzt so die Skala ist, dann ist vielleicht einer hier, einer hier, und ich bin froh, dass wir nur da sind und nicht einer da ist und einer da, weil ich glaube, je weiter auseinander man da ist, desto schwieriger könnte das sein. Ja. Okay, das war mega spannend, das waren so meine Gedanken, die ich zu dieser ersten Frage hatte. Ich würd's richtig cool finden, wenn ihr mal eure Gedanken dazu in die Kommentare schreibt, und lasst mich gerne wissen, wie ihr die Idee von diesem Format findet. Ich bin auch auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu in den Kommentaren zu sagen habt. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.